Prinzessin Kate und König Charles, starker Zusammenhalt. Sie stehen in täglichem Kontakt. Windsor, Prinzessin Kate und König Charles III. durchleben aktuell schlimme Zeiten, in denen sie sich jedoch voll und ganz unterstützten und füreinander da sein sollen. König Charles und Prinzessin Kate teilen ihr Leid. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Nach dieser Devise sollen König Charles III., 75, und Prinzessin Kate, 42, seit einigen Wochen leben. Nach einer Prostata-Untersuchung wurde bei dem Monarchin eine Form von Krebs festgestellt, während sich die Thronfolgerin zur gleichen Zeit im Januar einer Operation am Unterleib unterziehen musste. Während ihres gemeinsamen Aufenthaltes in einer Londoner Privatklinik soll Charles regelmäßig seine geliebte Schwiegertochter besucht haben. Nachdem nun auch bei Kate Krebs diagnostiziert wurde, scheint das Leiden kein Ende zu finden, doch wie eine Quelle aus dem familiären Umfeld der Royals nun berichtete, sollen der Monarch und die Prinzessin sich weiter unterstützen und füreinander da sein. König Charles III., nur Respekt und Liebe für seine Schwiegertochter. Gegenüber Vanity Fair erklärte die Quelle, dass sich Charles und Kate näher stehen als je zuvor. Mit seiner Schwiegertochter und seinem Sohn Prinz William, 41, soll der 75-Jährige regelmäßigen, täglichen Kontakt haben und Kate bei jedem möglichen Behandlungsschritt unterstützt und informiert haben. Um ehrlich zu sein, sprechen er und William sehr regelmäßig, aber jetzt ruft der König täglich an, um nachzusehen, ob es Catherine gut geht. So die Quelle. Der familiäre Insider soll sich sicher sein, Charles und Kate hatten schon immer eine herzliche Beziehung zueinander, doch die aktuellen schweren Zeiten haben sie so viel näher zueinander gebracht. Für Kate soll Charles großen Respekt haben, vor allem nach ihrer bewegenden Videobotschaft am 22. März. Kein Wunder, dass der König für die Mutter seiner drei Enkel immer ein offenes Ohr hat. Beide! Vielen Dank.